hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei eduardel ohne menschen dass ihr wieder eingeschaltet habt in der letzten folge habt ihr gesehen wir haben so ein bisschen gespräch gehabt im neubau etc pp die kosten die werden wohl langsam immer mehr also der eduard sollte womöglich langsam mal sich überlegen wie hier mal ein bisschen geld rankommt weil bis jetzt sind wir mal ehrlich der alter mann da kann schützen aber ja so mit dem geld der setzt gerade alles auf jede karte mit den schafen schreibt gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet ob ihr denkt das ist die richtige variante oder was der eduard vielleicht machen sollte also müssen wir mal gucken ansonsten viel spaß lasst das däumchen da schon mal vorab weglaufen läuft in acht näher auch mensch also kommt ob du willst aber läuft den weg hier also nähe ich habe hier hinten bloß ja genau 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 deswegen muss ich da mal ein postfach weil ich will das telefon raus sind sie spielen wir also ja da ist eine etwas kleinere rechnung also beim land maschinen wie an die von 2400 345.000 euro erst kommen meine erst kommen meine stellen sie sich aber 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 wenn ich zahlt reißig die halle ab jetzt war ja jetzt wo ich sie doch war aber wir haben sie gesagt sie machen es günstig ja also sagen wir normalerweise werden fast nur ein schlepper gewesen und durch die prozente durch auflösung meines händlers haben sie dann sehr guten preis da ist sogar schon die in zahlungnahme abgerechnet ja gut ja es waren zwei schlepper plus einen großen ladewagen ja ich bin auch in rat 8 ok ich habe es angewiesen ich sehe es vielen dank ja in den schlepper noch zeigen ja ich sehe auch den wald damit ja ja den gucken wir uns gleich an ich hätte dann bitte die anzahlung von minimum 50 prozent und so der bau nicht durchgeführt ja dann passen sie auf er einmal dann passen sie auf denn ich würde eine teilzahlung vornehmen wollen bei ihnen 50 prozent ja also gibt ja dann stellen sie mir eine rechnung schicken sie rüber schicken sie mir mal ihre daten rüber da kann ich ihnen das gleich anweisen rechnung kommt ich mache die rechnung fertig ich lasse ich nachher zukommen ja ja die rechnung ist am heutigen tage beglichen werden sonst werden die bauarbeiten nicht starten ja ja die wird wirklich auf jeden fall ja 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 wenn ihr noch was weil ich muss mit dem edu hat noch was besprechen ich werde jetzt natürlich ich würde da gehen wunderbar ich wünsche noch ja 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 macht macht er macht er in sich bin ich los geworden ist ja der fuhrer da kriege ich da jetzt mit dem geld noch was wieder oder was war da ist jetzt müssen vorbein nein ich habe gesagt wir müssen noch was besprechen aber muss ja nichts mehr besprechen also ja ich würde mir den 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 traktor gerne schon angucken ja das machen wir schauen sie eigentlich auch gleich bei meiner eröffnung vorbei ach so acht hat mich achtet das stimmt aber dann hast du ja am anzeiger geschrieben ja das hat sie am anzeigen geschrieben ja weil jetzt gleich oder ja gerne ja ja da werden schon einige vorm tor stehen ich bin jetzt nicht spät dran ja ich will der dauert halt immer wenn der herr in der mann da ist also der ist immer so aufgeregt dann wird es um kann doch ja das ist ganz schlimm das ist immer so eine sache die abonniere ich komme da gerne mit den der klaren eröffnung ja aber diesmal vielleicht nichts kaufen nein aber ich habe die kleinigkeit vielleicht na ja du hast du das ding jetzt ach ja von der steht meine güte holen wir euch ja das macht es also das ist auch wenn ich habe es kommen sehen ja ja ich auch dann ist ja auch das ist aber schön das schöne stück jetzt hier das ist doch wunderbar oder das ist wirklich fahrt hat er denn jetzt heilermann weil es wir passen schon auf wo sie rumlaufen oder ja sie schauen schon im spiegel herr ehlermann mal acht kilometer platz minimum gute fahren ich sehe sie zwei werden auch keine freunde oder ich finde den ziemlich anstrengend er hat ja ja also ich finde da ich ganz normal ist also manchmal manchmal aber zu ja das ist das feine stück ja dann sieht er wirklich schön gewaschen noch mal schimpuliert ja ja ich sehe das schon nachher hinten ich habe mich immer gefragt wo das foto wo das komische ja 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 wissen sie hat der unterliegteile und so hier hinten hängt er ja genau die seite muss ich jetzt hier noch irgendwann pflege technisch beachten wie ist denn das ist das er hat mich vergessen sich zu fragen ja wie wissen das mit den mit den durchsichtsintervallen weil das ist ihnen angezeigt also zur wartung muss also okay und da kommt dann weiß ich bei dir immer vorbei und du machst das andere ja genau dann da machen wir einen termin da ja jetzt mit den schönen schlepper hin und dann da mache ich das ist kein thema okay das ist ja das ist ja praktisch ja alles gut das ist das kleinste problem das ist ja auch schön als ich schöner schöner hof schläpper wo ich muss noch mal die neuen reifen drauf gemacht also wieder ich sehe schon die sind ja alle haben sie sind ja wirklich also meine versetzte ich habe ja keine kosten und mühen gescheut ich bin ja ich bin ja verblüfft aber ja wie war ja ich sag mal ach das ist ein traum ist das meine hand das ist ein richtiger schlepper dann ist ja wirklich noch richtig ein wenn das ist ja super aber die eröffnung ist jetzt aber ja ja genau ich würde den wald 3 jetzt mitnehmen falls du den irgendwo stehen hast ja da steht es war der warte mal hier von hier beim ja damit damit hier vorne ist er ja steht steht damit aber die schaufel muss man da lassen ja kann ich dir den frontlader auch da lassen ich möchte ungern damit durchs dorf fahren nein das ist da immer nein so war der warte da rein ja wie gesagt die schaufel bleibt hier und ein komischen dick weiß warum du nicht damit rumfahren willst ja aber ich muss hier das halbe jahr damit rumfahren ja wer war nicht nein allerdings auch du kannst einen mann verarschen oder weit mit der klappen können ja nix da ja in das scheiß ding mit dem reißen mich kann man zu deiner einweihung zu führen das machen wir wunderbar es ist ja sowieso schön kuschelig hier drin ja das ist naja sehr schmal du sag mal was anderes hast du also hast du dir mal gesehen das wollte ich auch gerade fragen wo sind und deine mitarbeiter da keine ahnung wie die schon so versteu ich sind die krise bei mir bleibt schon alles anklären ach nee nicht dass die beim schmidt ist der hat so den einen tag glaube ich irgendwas gesagt von da können sich gerne mal zum kaffeetreffen da bei ihm am neuen haus oder irgendwas war doch da da wo wir das da vorgestellt bekommen haben oder immer ja jetzt wo du sagst ja irgendwie war da was mit kaffee denkst du dies da kann ich trinken oder weit ja das wäre ja also das wäre sehr frech ich verstehe wir stecken hier an der größten arbeit die geht kann wir trinken der himmel ja gott noch eins also wenn das wirklich so ist ne gottes will ich hoffe ihnen gefällt der neue händler ich bin mal gespannt ach sie hast du jetzt ein bisschen auswärts hingestellt oder was ja ein bisschen hier stehen sie schon alle ich habe mich ein bisschen vergrößert eduard ein bisschen modernisiert alles hallo sei sie meyer schmied ja hoffentlich wie sie gerade hier sind und die einmal nicht hier ist was haben sie mit einmal gemacht ist nichts weil sie nicht kann wie dringend warum sollte ich irgendwie eine vermissten anzeige aufgeben oder ist das alles noch im rahmen sie ist bis jetzt noch im rahmen den kenne ich nicht wer sind sie denn der gut wird überlege ich mir noch guten tag ja mein mitarbeiter vom lohnunternehmen achten wir auch nicht und mein chef ist auf fortbildung und hat mich dann hierher geschickt hier soll bei der eröffnung sein und deswegen bin ich hier ja das richtig ich bin der herr weber guten tag guten tag ich bin ja der bürgermeister darüber belegt ich bin hier der ortsansässige polizist und der herr ober billig ist definitiv nicht unser bürgermeister das wäre gut sehen sie ja was würden sie mich wählen oder was ja wunderbar wer würde mich noch wählen kevin ja wird es mich nicht wählen wir uns nicht mal wie was ist erstmal selbst überkommen oder weit packung eier gut von den hühnern die kannst du ja weg holen dann wird gewählt an wilmer aha also er hat sich schon ein paar eier und dann kann man ja reden ja deswegen als er fischer ja in der nächsten zeit gibt es ja mal okay wie sehr klein wo ich sie ihr kreuz machen müssen ja das ist nämlich beim edward wenn sie es nicht machen kann da schmidt vorbei und helft ihn gern steppt sehr spät ja ja herr schmidt hätten sie dann für mich dann wahrscheinlich auch ein kugelschreibung um das kreuz machen zu können weil ja ich hab noch einen da nicht mal also das kreuz schon wird anders gemacht sie bekommt dann sie bürger fischer passen sie auf ich erkläre das mal kurz sie bekommen ein blatt papier das wollen sie auf und ganz oben ja dann gibt es nämlich ist nämlich so was spitzes und dann dass sie sie müssen das mit ihrem blut bestätigen verstehen sie ja aber das wird auch eigentlich immer rechts unten gemacht oder deswegen bieten sich doch oben und machen einen rechts jahre kreuz damit meine herren herrscht wird oder am alter aber das schritten später mal okay danke noch meine herrschaften weiter über das unterschreiben und kreuzen reden würde ich ihn gerne meinen neuen händler zeigen ist sehr gerne sehr kennt das ist ja auch da ist ja also ich muss also herr weber weiß ich bis jetzt sehe er möchte ganz ehrlich sagen das ist einladender als dein asphaltkomplex dort vorn ja das ist richtig entschuldigung wie bei ihr name noch mal mein name ist martin weber herr weber ich habe meine frage ich habe jetzt denn für die da drüben abgepackt ist das okay so weil ja natürlich ist ja platz genug alles gut dann hier im weg umstehen ja dann würde ich mal sagen laufen sie mal hinter mir her ja schon wieder laufen meine frage ist ja auch meine fall wenn man ja jemanden zettel schreiben okay ich komme schon ich komme schon auch der herrlmann ja so das wäre ganz gut weil es war auch mensch das ist ja wahnsinn dass das nicht schön also ich muss ganz ehrlich sagen herr weber ja also das ist ja ich stimme gerade vor wie du die buden dabei gekriegt hast ja eigentlich ihnen gerne dürfte ich mal durch kevin lange hier ist die service station also hier ist die auslieferungshalle der fahrzeuge ab jetzt was kaufen wird hier die die ganze auslieferung gemacht die die übergabe dann kommen sie vielleicht noch blumen oder was anderes dazu macht quatsch natürlich so das ist dann der verkaufsraum ich werde hier ist die moni aber geht es aber rutsch dem einsteck alle moni ja gut ist beschäftigt nicht mit ja danke dafür die frau ist möchte er sich sagen ich möchte lieber den neuen händler anschauen ja immer wenn sie hier unruhe stiften dann können sie auch gerne gehen genau wie gesagt hier haben wir dann immer eine kleine auswahl an schönen schleppern drin ja ja mal etwas selteneres wien ist das landini den abschabt da gar nicht gedacht man muss sich auch mal ein bisschen was an anderen marken orientieren ja die sind eigentlich sehr und die landini sehen ja auch gar nicht schlecht aus und haben auch einen sehr guten ruf kann man ja da können wir dann noch mal ins gespräch ist mal was anderes weil das auf jeden fall das sieht wirklich schön 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 ein bisschen farbenfroher und fendt das ist petro ist also richtig petrol schön mit schwarzen felgen das mag ich das sieht gut aus oder das sieht wirklich gut aus nein steigt bitte aus ja bitte das ist alles neu hier unglaublich ja und das ist weiß ich die vorführhalle und so wie sie es beim autohändler auch können neue fahrzeuge drin ja 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 wo sich alles anschauen können aha dann gehen wir jetzt mal hinten durch wenn sie mir folgen wo ja gerne wir haben wir unsere teile ausgabe ersatzteile und alles wahnsinn hier werden sie dann den kevin finden hier kann er nicht so viel falsch machen okay das ist ja und hier haben wir unsere werkstatt das ist ja wahnsinn soll sie mal mit lackierkabine mit lackierkabine wenn sie da mal besondere wünsche haben ach nee es steht also ich habe ich habe an alles gedacht und ich habe ja gut investiert für für die zukunft edward ja gut verschuldet auf jeden fall ja klar deswegen kann man so hohe rechnungen stellen das ist heute aber eine schöne lackierkabine vielen dank herr fischer wirklich also das ist ja ich bin ja ich bin ja 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 wir haben viel zu tun okay da mal der herr ich sag mal gerade die stadt und das bauamt fährt viel kaputt und deswegen müssen wir reparieren ich bin ja hier wirklich 82 erinner machen sie auch oder weiß ja alles als mal was kommt dann sind wir für alles vorbereitet alles mit seinen dienstrat auch ab und das stimmt da ist die kette geschmiert werden die schmalen das glaube ich das glaube ich ach gucke sind wir jetzt hier im hinteren bereich aha und ja da haben wir so ein paar schöne sitzgelegenheiten mit dem grill wenn man sich mal im sommer hier ja das verweilen will ja alles schön aufgebaut hier hinten haben wir verschiedene silos saatgut dünger kalt alles was sie benötigen können sie dann auch bei uns kaufen ach nee natürlich aha schön 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 genau richtig so wenn wir dann hier drüben weiter gehen ja das einzige was ich noch nicht stehen habe sind gebraucht maschinen weil wie gesagt ich habe jetzt gerade noch nichts bekommen der erste wird ihrer seien der walter ja hier habe ich ein schönes gerät ja hier habe ich einige lagermaschinen neuwertig stehen das sind alles lager schlepper die schon schon bestellt worden sind von mir aha als das verkauft wird oder was speziell ist ja auch wird kann ich hier darauf zurückgreifen verstehe verstehe ist auch sehr wichtig das ist ja ja jedenfalls sehr wichtig das ist ja wahnsinn wenn ich ja auch ich bin gerade ein bisschen geblendet also das ist ja übel ja es hat auch sehr lange gedauert dass das hier fertig war das glaube ich das glaube ich so jetzt komme hier eine maschinenhalle oha das sind auch alles fabrik neue anhänger ladewagen hier wird alles an geräte stehen einfach mal vorbeikommen wollen um sich umzuschauen können sie einfach in den verkaufsraum gehen können hier reingehen ja ob da was für sie dabei ist ja das wird alles offen sein aha okay das ist ja wirklich interessant das ist ja weil ich bin gerade entschuldigen sie aber ich bin sonst gesprächsfreude gemeldet jetzt bin ich gerade geblendet ja dass das glaube ich ja ansonsten haben wir hier heute eine lieferung bekommen von gillwald pressen ach ne ja ja da haben wir um die ganz normale presse ja weil rundballen presse ja 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 und wir haben hier noch eine rundballen presse aber die kann sofort wickeln da habe ich schon mal gehört wie ist das aber er wird konnte sich mal gewesen dass da müssen wir trotzdem stehen bleiben sein oder 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 kann man da auch durchwärts fahren mit dem weg seien sie mir nicht böse ich habe selbst noch nicht ausprobiert ja ich habe es heute erst bekommen denke mal dass sie weiterfahren können aber ich bin mir nicht sicher ich muss das selbst erst mal noch testen ja das können wir ja dann besten ja wenn sie wenn sie vielleicht irgendwann mit den gebirgsmäher kriegen dass wir das mal meine wiesenmengen eduard meinen sie den hier ich habe alles gedacht ich habe sämtliche händler angeschrieben dass ich dieses gerät für sie organisiert bekommen es ist doch genau das was sie sich vorgestellt haben oder auch geht es nicht gut darüber will ich die aus wie so ein kleiner strandpark hier ich könnte auch gerne mal reinsetzen eduard ja der steht ihnen der riecht so gut aber ja 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 aber aber ich muss mal ganz kurz durchatmen geht also meine lieben youtube rinos ob das ding was kosten soll oder was hier stattfindet sehen wir in der nächsten folge bis dahin tschüss und ciao